moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ja wir sind hier immer noch gefangen weil wir hier nicht rauskommen und daher denke ich mir ich mache dann einfach mal diese insel was so ich dachte das wäre gut hier mitgezogen haben mitgerissen haben das fand ich jetzt klasse und jetzt hat man hunger und durst stillen und machen wir damit jetzt ok da vorne war irgendwas da romkabel aufnehmen mehrere hier ist noch eine münze und jetzt können wir da hoch wir können unsere treppen bauen eigentlich ich möchte den bitte anders entstellen wieso kann ich den nur so hinstellen das reicht nicht reicht das jetzt nein aber das hat gereicht okay dann machen wir das mal so jetzt kommen wir hier hoch nice aber hier gibt es nicht mehr okay und machen wir jetzt kabel ziehen aber wohin wohin ziehe ich jetzt das kabel muss das nach oben dahin muss er wahrscheinlich hier kisten gibt es hier auf jeden Fall jede menge hier fängt es an dann ist jetzt die frage wie viele kisten brauchen wir um da hochzukommen was soll denn da warum kann ich das nicht drehen ich hoffe hier sind mehr als genug wenn wir da hoch können dann brauchen wir noch vier stück insgesamt oder es gibt hier noch irgendwie einen anderen weg möglichkeit da hochzukommen jetzt wird es langsam knapp ich glaube mehr kisten haben wir hier nicht doch hier sind noch mal zwei so dann können wir den da noch mitnehmen so hier drauf einen brauchen wir noch obwohl ich denke hier kommen wir nicht hoch ich glaube wir müssen von da hoch ja ich glaube wir müssen hier hoch wieso kann ich den nicht drehen ich möchte den drehen können so komm hier dann machen wir hier einen noch da drunter hopps und hopps und so ja ich glaube wirklich dass das hier ja der weg ist nur nicht so wie ich das vorhabe jo und wieder hoch wir brauchen noch einen der davor steht so und so und so ach ne wir brauchen noch ein bisschen mehr drei haben wir ja noch um da hochzukommen dann machen wir so und hier kommt schon nein nicht runterfallen ja jetzt sind wir oben und hier noch eine münze so dann können wir jetzt hier das kabel ziehen was das muss doch so hin oder ok ok ah hier geht's rein und jetzt ist hier offen ok nice ah warte mal dann müssten wir hier irgendwie einen Weg nach oben setzen so komm wir nehmen die mal von hier weg ich hoffe wir kommen von da wirklich dann da wieso machen wir nicht hier sieht extra so aus als müsste man von hier das machen so dann nochmal ach toll ich will hier hoch und da dann kommt der hier vor und der wieder hier und der kommt hier und der wieder hier nice das ist jetzt gereicht um hier hoch zu kommen dann haben wir hier noch ein kabel wo muss der hin wo muss der hin komm hoch ok das heißt ich kann ach und hier sind nochmal zwei ok nice das heißt ich nehme den jetzt mal so wie das dahin ähm stimmt wir können jetzt auch von da nach da hin nach da hin so und hier nochmal ok das klappt dann so dann können wir da nochmal hin gehen können wir die hier ach der muss von da hinten ne wir haben glaube ich keine stromkabel mehr wir haben hier noch stromkabel aber das zählt nicht für hier das heißt wir müssen hier nochmal irgendwo was finden da ist eins und da haben wir wieder eines dieser Viecher hier ich glaube ich sind dort und das haben wir hier ah hier brauchen wir die die ja so und so ah da habe ich eins gesehen ja wir sind oben sogar zwei so das ist da mit verbunden das ist wieder da mit hier da da dann ist es nur noch da hin dann müsste es jetzt gleich funktionieren oder warte noch da ging es ja auch noch irgendwie weiter ne ok sorry dass ich jetzt ein bisschen ruhiger bin aber ich habe jetzt gerade eine nachricht gesehen dass mitten in der nacht meine nachbarn mich irgendwie hören können ja da kommt es schon ja da kommt es schon ja da kommt es schon so immerhin habe ich den pfeil wieder bekommen und wir müssen wieder essen aber strom läuft jetzt oder da sind die wieder zurück gespawren die dinger ganze kisten ach ne das jetzt ist ah ok und hier läuft jetzt strom das heißt wir warte mal teile wo habe ich den denn her das heißt aber ich muss hier irgendwo einen platz finden wo wir jetzt hoch können am einfachsten hoch das heißt wahrscheinlich hier die seite ja hier ja komm ja da oben muss das und also so hier ist die leiter hier ach komm muss es hier noch weiter rein gehen ach ne ok ja dann gehen wir hier rüber das ist verbunden da ist verbunden da unten ist verbunden das heißt die sind da hinten alle jetzt mit strom versammelt ah das da pumpt schon ok dann können wir da rüber genau hier hinter ich hoffe da sind jetzt keine hyänen vielleicht brauchen wir die dinger damit das alles verschwindet so das ist ja der erste dann laufen wir den mal hinterher und er führt direkt hier hin ok ok ähm ok und dann ne das wird so nicht klappen das muss mit beiden hier übereinstimmen dass einer da und einer hier ist da ist ja 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 die sind connected ok ich mach da noch ein kleines bisschen so die passen überall Wollt eher nicht. Dann muss einer hier noch mit Connected sein und der ist es nicht. Vielleicht der hier? Wenn der so ist. Auch nicht. Dann vielleicht mit dem. Ja. Ein bisschen noch. Diesel Connected. Okay, dann heißt es, weil der hier wieder so geht. Wir müssen noch schauen, wie wir das machen. Der ist es nicht. Ah, hier. Okay. Das haben wir gelöst. Hier geht es dann weiter. Und hier nochmal dasselbe Spiel. So. Der geht hier rein. Und. Der ist hier drin. Okay. Das passt schon mal. So. Die zwei sind nicht. Nee. Auch nee. Auch nee. Auch nee. Auch nein. Auch nein. Das wäre das sinnvollste, aber. weil hier dann beide. Ich glaube, das ist falsch. Wenn wir den hier jetzt machen, ist dann hier auf. So. Wenn wir das machen, geht in die falsche Richtung. Wenn wir das so machen, ist das hier nicht Connected. Aber jetzt darf ich hier. Okay. Jetzt darf ich hier. Okay. Okay. Ja, es geht weiter. Nice. Okay. Wo führt der jetzt hin? Toll, der führt im Kreis Ah, ne Schaufel So, wo haben wir die Schaufel? Wo? Ah, hier Schaufel Sind die wieder gespawnt? Nochmal neu Boah, das finde ich super, wenn die Schaufeln wenigstens wieder gespawnt sind So Das muss hier rein Der ist falsch Die sind connected Schauen wir uns das hier mal an Und der ist hier nicht richtig Wie sieht es hiermit aus? Auch nicht Hier wären sie Nein, das ist es nicht So ist es auch nicht So ist es nicht Vielleicht müssen wir So passt es auch nicht Ne, das war gerade von das sinnvollste Das ist schon das sinnvollste Es sei denn, das ist komplett falsch Und das hier so machen Das hier ist wirklich das sinnvollste, was wir machen können Ernst, jetzt das? Das ist es Das ist es So, wie sieht die jetzt aus? Müsste ich jetzt Ah, jetzt haben wir das Ding Und hier ist noch eine Münze Aber noch eine Schaufel werde ich jetzt nicht Ja, genau Die Viecher greife wieder an Komm So Ich glaube, wir werden aber noch ein paar Schaufeln Wahrscheinlich wirklich selber bauen dürfen Oh Ah, noch ein Tragkontettus-Plan. Hier ist Rot, genau. Wir brauchen aber noch ein bisschen. Jetzt haben wir keine Faubel mehr. Eine brauchen wir noch. Oh, Heel. Da spielt sich mein Kopfig. Super. Hier haben wir noch eine Marke. Komm, hier müssen wir doch irgendwas noch haben. So. Oh, eine Marke. Ich hätte jetzt wirklich gerne lieber eine Schnaufel. Ja, dann haben wir jetzt das für uns Schnaufel selber bauen. Und wir haben keinen Metall-Button. Auf dem Chip haben wir einen. Ja, egal. Dann gehen wir erstmal wieder zurück auf Chip. Beziehungsweise wo ist denn der Tool? Hier. Wir müssen alle drei Teile des Boards finden, die hier irgendwo vergraben sind. Aber hier brauchen wir ja das Kohlendioxid-Ding. da ist Bruce. Achso. Die hat sich jetzt wirklich alles an Wiese weggefragt. Ich wollte schon sagen. Die hat hier noch ein bisschen Wiese. Ja, dann lagern wir erstmal alles andere kurz schnell ein. So. Und hier auch nochmal. Hier nochmal. Immerhin haben wir wieder ein bisschen verbrochen. Bolzen eben brauchen wir. Einen. Hier können wir auch noch. So. Und hier. Hier haben wir nichts. Seine. Ach, hier Leder haben wir wieder was. Haben wir Steine? Ne, Steine haben wir nicht. Einen Metall-Bach brauchen wir. So. Dann. Warte, wir brauchen mehr. Sagen wir eins, zwei, drei, vier. Und hier nochmal vier. Dann eins, zwei, drei, vier. So ein bisschen haben wir noch was einzulagern. Beziehungsweise können wir auch auf den Grill schmeißen. So. Nice. Hier den Fisch. Und die Kartoffeln. Haben wir noch was für hier? Nö. Dann können wir uns eben nochmal so eine Suppe gönnen. So. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? Ja. Das können wir eben jetzt schnell mal machen. Da. Ne. Falsche Richtung. Müssen wir eben hier für Hehl noch genug Wasser finden, äh, nachgießen. Und dann unten nochmal Wasser nachfüllen. So. Da geht's hoch. Und dann hier rein. Da heißt eben ganz kurz abwarten, bis das fertig ist. Braucht Frischpitzwasser, ja? haben wir noch nicht. Ja, du kriegst gleich, ja genau, du kriegst gleich wieder was zu trinken und essen. Wohl trinken eher nicht. Obwohl ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise ich werde dann wahrscheinlich eher morgen früh wieder weiter aufnehmen, weil sich meine Nachbarn schon langsam besperren, dass ich hier mitten in der Nacht am Aufnehmen bin. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns morgen früh auf jeden Fall oder ihr in die Folge wahrscheinlich ja morgen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer MaxDeus und ciao! Ich bin's, euer MaxDeus. Ich bin's, ich bin's, äh! Ich bin's, ich bin's, öde Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018